Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, die MS Marina von Oceania Cruises in Hamburg zu besichtigen. Oceania Cruises eröffnet euch den Weg zur Luxuskreuzfahrt bei einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis mit sehr vielen Inklusiv-Leistungen. In diesem Video zeigen wir euch einige Impressionen von Bord der luxuriösen MS Marina. Wir beginnen mit den großzügigen Außenbereichen, die euch viele tolle Liege- und Sitzmöglichkeiten sowie Außenplätze zum Speisen bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer lieber aktiv ist, der kann beispielsweise seinen Abschlag verbessern, Tennis oder auch Minigolf spielen. Der Wellnessbereich sorgt für herrliche Entspannung. Es gibt hier sogar Liegen, die auf Körpertemperatur beheizt werden. Zusätzlich findet ihr einen Außenbereich inklusive Whirlpool. An der Tischtennisplatte oder im Fitnessstudio kann ausgiebig Sport betrieben werden. Sehr elegant geht es im restlichen Schiffsinneren zu. Diverse Bars laden zum Verweilen und Genießen ein. Hier gibt es auch Entertainment in Form von Live-Musik. Musik Diverse Bars. Diverse Bars. Körpertemperatur bei 170cm. Diverse Bars. Diverse Bars. Kunstkenner aufgepasst! Hier seht ihr unter anderem Originale von Pablo Picasso. Eine sehr großzügige Bibliothek mit bequemen Sitzgelegenheiten lädt zum Schmückern ein. Und wer sich im Glücksspiel versuchen möchte, der sucht das Casino auf. Selbstverständlich könnt ihr an Bord auch shoppen. Oder ihr surft im Internet. In diesem Kochstudio könnt ihr selber unter Anleitung kulinarische Gerichte zubereiten. Und wo wir gerade beim Thema Essen sind, die Küche von Oceania Cruises gilt laut Website als die feinste Küche auf See. Diese exquisite Qualität gilt auch für die unterschiedlichen Buffetoptionen an Bord. Musik 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 Natürlich dürft ihr euch auch verwöhnen und bedienen lassen. Wir hatten die Gelegenheit ein köstliches Mehrgangmenü im Grand Dining Room zu genießen. Musik Musik Zudem gibt es diverse Spezialitäten Restaurants, die ebenfalls bereits im Reisepreis enthalten sind. Musik 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 Sogar ein ganz privates Dinner mit bis zu 12 Personen ist hier an Bord möglich. Kommen wir zu den Kabinen. Die Kabinenvielfalt reicht von der Innenkabine bis zur Penthouse Suite, die neben der Dusche auch noch über eine separate Badewanne verfügt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020